Tintel, was? Achso, eine von diesen Boxspielen. Meisterdetektiv Pikachu! Da kommen jetzt Mädels, Pikachus! Oh Gott, warum gibt es eigentlich keinen Evoli als Kämpfer? Oh Gott, warum ist das? Nein, nur Evoli. Weil wegen Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, das wäre nur fair. Pauline, Sebastian, Schipto. Alter, was? Jetzt noch eine Kiste. Komm, die schaffen wir. Was haben die denn für Keybälle? Sonnengrunz? Ach komm, was zum Teufel? Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Boah, das ist einfach, die heilen sich auch ständig. Wie übe. Äh. Oh Gott. Okay. Was ist das denn? Puh! Ja, aber sowas von... Yes! Ist aber mal gut! Oh! Furchtbar! Jawoll! Nice! Wollen wir uns mal an einen Boss versuchen? Ich weiß, wir haben hier noch einiges an Gegnern und so. Dein Ernst? Dein Ernst? Ganz ehrlich, ich habe jetzt, wo ich gehört habe, dass Joker von Persona 5 kommt, habe ich daran gedacht, hm, da können sie ja auch Ruby bringen. Weil... Ein Gastcharakter! Einfach nur ein Gastcharakter! Es würde jeder feiern! Ganz ehrlich, Ruby als Gastcharakter wäre zu mega! Komm, versuchen wir es! Schick! Schick! Diesen Import! Achh... 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 Das war's für heute. Nice! 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 Ja! Boah, wenn Ruby als Charakter kommen würde. Ganz ehrlich, die würde ich nur noch spielen. Aber ich glaube leider nicht so wirklich dran. Aber es wäre cool. Ich bin eh gespannt, was für DLC-Charakter die noch holen. Vielleicht wirklich nur Gastcharaktere. Das würde ich alles feiern. Oh, was ist denn das? Dojo, nein. Ach, das ist ein Boss, den ich nicht machen will? Okay. Wo führt das hin? Okay. Das führt mich direkt mit Wege zu Melinda. Cool! Okay. Bereit? Los! Ach, verdammt. Melinda! Melinda kämpft nun mit. Oh Gott! Die will ich gar nicht spielen. Ja, ja. Yo, 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 Elie! Ich spiele auch normal. Das andere wäre ja langweilig. Also viele Gegner sind so schon schwer genug. Juri! Hm, wer weiß, nächstes Jahr ein Vettelframe. Sechs? Hm, wer weiß. Wenn's kommt, ich hol's mir sofort. Aber ich will noch Vettelframe Fünf vorher spielen. Das wird jetzt ein harter Kampf. Oh nein, hör auf Fotos zu machen! Ah. Was so creepy? Das ist doch Scheiße, das ist doch Mobbing ist das, was die da macht. Lass mich doch in Ruhe! Nein, ach du, 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 Mobbing! Das ist doch echt, das ist doch echt Mobbing! Aaaaaah! Die Fotograf wird nicht die ganze Zeit, ich mag Fotos von mir nicht! Nein, noch schon wieder die ... Ist das eigentlich Julien da fotografiert oder ist das eine andere? Also ... Ist Juri, ne? Ist Juri, ne? Nö! Aaaaaah! Komm hoch! Komm da hoch! Na los! Was ist das? Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Kämpfer wollte ich wechseln War nett mit dir Belinda, aber nein Link Okay 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 Das war's für heute. 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 Das wird jetzt ein kurzes Match. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.